Boah, wir sind da noch nicht hier fertig mit dem Kessel. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt da rauskriegen. Aus zwei einfachen Gewändern. Klingt auch ein bisschen komisch. Ah, da ist dit. Da will ich eigentlich noch nicht rein. Da hinten ist eine Innenstation. Also ein Schlafgemacht für uns. Da gucken wir mal. Können wir auch noch ein bisschen plündern hier? Ne. Ne. Aber wir sollten vielleicht... Das ist natürlich eine freie Aufzahl. Ah, wir kommen her weg. Was wollt ihr denn für eine Übernachtung? 40, okay. Nehmen wir doch an. Ja, bla bla bla. Ich such gerade... Ich überlege und such gerade was. Ähm, ja. Weil wir könnten eigentlich diese Monster-Münsten verkaufen, damit wir eventuell ein bisschen Geld hier bekommen. Wenn wir es brauchen. Guten Tag. Äh. Allgemeiner Laden. Na, wir kommen. Was hast du jetzt? Alles klar. Ist auf jeden Fall, äh. Ein Lederkleid. Jetzt will ich hier mal schauen. Was können wir vielleicht hier entbehren? Auf jeden Fall die beiden Münzen. Jo. Die können weg. Eichenholtes Knüppel. Komm, den haben wir schon so lange. Den brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. So, die Dornenpeitsche kann weg. Okay, oh. Äh. Das lassen wir noch. Ja, Verkauf ist nicht möglich. Okay. La Pulver aber und lassen wir eventuell noch. Und ich verkaufe eins davon. Okay. Dann haben wir das erstmal. Ich müsste mal... ...in meinem Inventar, beziehungsweise bei Flash auf jeden Fall... ...die Arznei transferieren hierhin. ...und eventuell transferieren wir mal die Lanze nach unten hin. Ja, da transferieren wir einfach nur... ...dat Armband hier... ...damit. ...und der kann relativ nach unten hin. So. Da ist uns so alles super. Und dem fehlt eigentlich... ...ne runde Heilung. Der hat eine starke Arznei. Gengas... ...anye, das ist Gegenpulver. Der hat eine starke Arznei. Ah, Transfer. Machen wir mal die nach unten hin. So. Dann bekommt er noch eine... ...Transfer, noch ein Gegengift. Es ist auf jeden Fall ein Fakt, dass... ...das Inventar eher aufgeräumt ist... ...als alles andere im Kleiderschrank. Was wollt ihr kaufen? Was hast du denn? Kurzbogendolch. Das... ...klingen wollen wir mal... ...uninteressant. Den will ich hier aber haben. 750 Stahlbreitklinge. Den will ich nicht. Einfällig... ...ein Dolch ist auch... ...anders als das Jux. Wir kaufen einen Kurzbogen. Jo. Kaufen wir. Und zwar nach... ...Angelo. Ja, natürlich sich auch noch austragen. Kurz. Dann haben wir das schon mal. Das behalte ich angehend noch das Floret. Vielleicht lässt er irgendwas noch gut damit machen. Und wir können es dann auch noch vielleicht super gut verkaufen. Templar Wing. Templar Wing, 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 Wing. Aber wir haben ja schon unsere heilige Lanze. Jetzt mal schauen... Ob wir denn hier oben reinkommen. Okay. Wir können schon mal durchgehen. Das ist schon mal eine gute Sache. Schon mal in der Bursch drin. In der Bursch. So. Jetzt macht euch wohl noch nichts aus, dass ich einfach hier hochlatsche. Nö. Können wir denn hier... Okay. Reinkommen wir auch. Guten Tag, Romy. Okay. Du hast hier nichts von uns. Das sehe ich schon. Da geht es weiter hoch. Ich würde aber gern vorerst mal schauen, ob wir doch nicht irgendwas haben. Da zum Beispiel. Ja. Rot Schimmel. Jetzt sind wir überrascht, wo das hingeht. Okay. Irgendwo nach draußen. Sicherlich. Okay. Das ist für uns uninteressant. Ein Balkon. Mit dem Rot Schimmel machen wir auf jeden Fall. beim nächsten Mal den Käse weiter. Okay. Ist auch nichts. Dann geht es weiter nach hoch. Und hier um die Ecke. Da ist ein Zimmerchen. Hier scheint irgendwas königlich zu passieren. Die Kamera eigentlich nicht so in den Augen. Hier bleibt das schon ein bisschen schade. Bücherregal. Immer gut. Immer gut, habe ich gesagt. Was soll ich dafür drehen? Ne. Die kann ich gar nicht anquatschen, die Dinger. Ah. Und nix. Gib mir was aus deinem königlichen Schrank. Eine Mini-Medaille. Drei Stück schon. Auf jeden Fall nichts zu verkaufen. Das heißt, äh, zum Sammeln oder zum Eintauschen. Guten Tag. Ich will aber nicht. Ich geh hoch. Ah. Guten Tag. Okay. Oh, sie guckt so traurig. Die Arme. Tritt die Tür ein einfach. Von innen. Okay, die Fenster bringen uns auch nichts. Ähm. Okay, das war jetzt nicht gut. Fangen wir sie nochmal. Ah, ja. Okay, die wissen jetzt auch nicht mehr. Ah. Das heißt, fragen wir sie nochmal. Ah, jetzt kommen wir weiter. Sicherlich möchte ich das. Okay, dann kommen wir in der Nacht wieder. Sicherlich gar kein Problem. Das ist ein Problem.